So, willkommen zurück bei Pokémon. Ihr seht jetzt da, unsere Pokémon sind alle auf Level 60 und Alduin & Junia ist sogar auf Level 64. Außerdem habe ich die Attacken noch ein bisschen verändert. Ich möchte übrigens Friseure noch die Attacke Schwertanz beibringen, weil ich gesehen habe, dass Sarténia sehr schwach ist. Habe ich bei den wilden Pokémon gemerkt, gegen die ich angetreten bin. Da ist auch öfter es draufgegangen und hat nicht besonders viel Schaden ausgeteilt. Deswegen möchte ich Sarténia jetzt den Schwertanz beibringen, damit es schneller und stärker einen Angriffswert hat. So, Protekti mache ich mir Sorgen wegen dem Panzerschutz. Da bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Vielleicht können wir die Attacke durch eine andere Attacke ersetzen. Ich hätte da schon an Blizzard gedacht, aber naja, momentan haben wir ja noch die Taktik mit Erholung und Panzerschutz. Da bin ich mir nicht so sicher, ob ich das überhaupt verlernen möchte. Also ich bin da noch offen, ob wir Panzerschutz verlernen wollen oder nicht. So, nun zu Kiffer. Mit Kiffer bin ich ganz zufrieden. Die Attacken passen. Also nichts Großartiges, was Probleme ist. Die Attacken sind Schlammbad, Donnerblitz, Explosion und Toxin. So, jetzt haben wir Rex. Rex wollte ich anfangs Erdbeben beibringen, aber dann habe ich dem Wicke nachgeschaut. Es kann gar kein Erdbeben erlernen. Also lasse ich dir einfach mal. Die Attacken sind Flammenwurf, Risikotec, Agilität und Schaufler. Ich möchte den Agilität durch einen Feuersturm ersetzen, weil Agilität ist eher unnötig, weil Arcane ist eh sehr schnell. Ich zeige euch mal die Verteidigung. Eine Verteidigung von 135, das ist eigentlich ganz gut. So, nun zu PY. PY hatte ich ein großes Problem und zwar wollte ich PY Donnerblitz bringen, konnte es aber nicht erlernen. Im Wiki habe ich nachgeschaut. Und ja, dann wollte ich erst auch noch die Attacke Hyperstrahl lernen lassen. Das Problem ist, Hyperstrahl kann man sich in dieser Edition nicht kaufen. Ich habe das schon in der Spielhalle nachgeschaut. Da gibt es nur andere, also da gibt es statt Items ein paar TM's, wie zum Beispiel dem EP-Teiler. Und ja, ich habe stattdessen jetzt eine Triplette beigebracht. Und dem PY Strahl möchte ich irgendwie noch durch eine andere ersetzen. Ich weiß allerdings noch nicht welche. So, und jetzt zu Alduin Junior. Alduin Junior hatte ich auch ein Problem. Ich wollte das Fliegen beibringen. Es konnte allerdings kein Fliegen, was mich sehr gewundert hat. Und noch Himmelsfeger wollte ich es beibringen. Himmelsfeger kann es auch nicht, also es kann keine Flugattacken. Das heißt, ich habe jetzt ein bisschen verändert. Und zwar habe ich ihn jetzt statt Himmelsfeger, habe ich ihm jetzt Schädelwurmel beigebracht. Ja, das ist eine ganz gute Attacke. Sie hat 100 TM Schaden. Ja, finde ich ganz gut für Drago Ran. Drago Ran greift außerdem eh mit normalen Angriff an. Und ja, das passt eigentlich jetzt vom Attacken-Set her. Mit Drachenwut bin ich auch noch ein bisschen unzufrieden, aber ja, geht eigentlich. Die Attacken sind Hyperstrahl, Body Slam, Schädelwurmel und Drachenwut. Okay, in diesem Part machen wir folgendes. Wir gehen zurück in die Stadt und fordern den Arenaleiter bzw. die Arenaleiterin heraus. Wir haben da eine übersehen in dieser Wasserstadt. Ja, und ich habe ja im letzten Part gefragt, wo sind die Arenaleiterin? Jetzt weiß ich, wo sie sind. Ich habe mir ein bisschen schlau gemacht, und zwar haben wir zwei Arenen übersehen. Die eine ist in dieser Wasserstadt, bevor man surft, und eine in dieser Stadt, wo überall Wasser ist, in der wir im letzten Part waren. So, das heißt, ich mache jetzt alles in diesen Part. Nämlich die Arenen, die wir übersehen haben. Also gut, ähm, es öffnet zuerst. Das Training war übrigens nicht anstrengend. Ging ganz leicht eigentlich. Ich hatte keine Probleme beim Trainieren. War ratzfatz in 15 Minuten erledigt. Das Hochleveln von Level 50 auf 60. Naja, mit Speeds ist es natürlich leicht, aber im Normalen hätte ich dafür... Achso, die haben wir schon, okay. Habe ich mich geirrt? Die haben wir doch schon. Hm. Moment, jetzt muss ich ein bisschen improvisieren. Ich rede später weiter. Ich muss jetzt noch ein bisschen improvisieren, was wir gerade jetzt machen. Was wir hier hätten wir? Hm. Naja, genau, dann, ähm... Dann schauen wir noch ein bisschen rum. Also, ich brauche jetzt ein Pokémon, das fliegen kann, weil ich wollte ja ursprünglich ja Drago rannehmen. Also, Drago ran kann ja kein Fliegen. In dieser Generation. In allen anderen Generationen kann es übrigens fliegen. Naja, holen wir uns stattdessen jetzt ein Ibitac. Jetzt müssen wir halt immer unser Ibitac holen, wenn wir irgendwo hinfliegen wollen. Naja, kann man nichts machen. Ich leg mal Aldi Nittune ab. Aldi Nittune ist das stärkste Pokémon, was wir gerade haben. Und ich nehme mit Firo. Wo ist Firo? Firo, Firo hier. Okay. Jetzt fliegen wir einmal rum und suchen nach den Arenen, die wir übersehen haben. Ich glaube, hier war eine. Ich bin mal ins... Ja. Ich glaube es allerdings nur. Kann auch sein, dass wir jetzt gerade völlig falsch sind. Auf jeden Fall ist hier eine Arena. Wo ist die denn? Wo ist die Arena? Da muss doch eine Arena sein. Wo ist die? Bist du der Arenaleiter? Nein. Wo ist die Arenaleiter? Wo? Ah, da ist sie. Ganz versteckt ist hier die Arena. So, das ist die Psycho-Arena. Hallo da, James. Du kannst nicht blazen. Was blazt? Okay. Ich war ein Tief, aber ich wurde verrückt als Trainer. Okay, das ist wahrscheinlich die Feuer-Arena. Da kriegen wir Feuersturm, die wir dann später Arkani beibringen werden. Wir müssen schon über Arkani reden. Hier ist eins. Oh je. Okay, Feuer gegen Pflanz, ich hätte anfangs wechseln sollen. Naja. Also die Kämpfe werden jetzt ganz leicht sein mit unseren 60er-Pokémon. Ich glaube, ich hätte das im letzten Bad waren sollen. Naja. Aber die Arena ist ja auch gut versteckt. Also ich habe sie gar nicht gefunden. So, Arkani hat einen Surfer abbekommen. Das wird einen killen. Ich hätte auch selber mein eigenes Arkani nehmen können und Schaufle einsetzen können. Aber naja. Okay, jetzt kommt's Tauros. Tauros ist kein Feuer-Pokémon, aber egal. Ich setze mal Piwai ein und teste die neue Triplette-Attacke. Ach ja, ich wollte Dragoran noch Überroller beibringen. Es konnte allerdings auch kein Überroller lernen. So, Triplette. Hat 80 Schaden. So, und kann sogar paralysieren, vereisen oder zum Brand führen. Mit einer geringen Chance. Allerdings. Naja, ich bleib jetzt an mit Psycho-Kinese. Ich will da jetzt nicht allzu lange rumspielen damit. Okay, die Triplette dient ja auch nur zur Alternative, falls wir gegen einen Psycho-Pokémon mit unserem Pokémon kämpfen. Dein- Nein-Tails. Was ist denn das jetzt? Wolona. Achso. Ich konnte das vergessen. Naja. Tschüss Wolona. Ein Hutenschlag. Na gut, dann kriegst du von mir einen Psycho-Strahl ab. Und zwar ruckzuck. Leider kein Level ab, weil die Pokémon ja frisch auf dem neuen Level sind. Deswegen kann es ein bisschen dauern, bis wir jetzt ein nächstes Level abkriegen. Do you know how hotfire Pokémon Belch can get? Nein. Okay, Streber. Da wundert es mich nicht, dass der so gerade geredet hat. Und schon wieder ein Wolona. Ich wechsle mal. Ich hätte Frisur immer noch wechseln sollen, also die Position meine ich. Ich nehme mal Rex mit einem Schaufler. Feuer gegen Feuer. Feuer muss man gegen Feuer bekämpfen, ist ein klassischer Spruch. Aber diesmal greife ich mich nicht mit Feuerattacken da an, sondern mit einer Bodenattacke. Nämlich mit dem Dick. Den haben ihnen die Dickdust beigebracht, ne? Okay, beide kriegen 900 Erfahrungspunkte, schon wieder in Wolona. Wahrscheinlich hast du dein erstes Pokémon in Vulpix. Spaßsalbe. Oh, das ist, äh, ja, Bruller. Bringt nichts, weil es ein Trainerkampf ist. Und die erste Generation ist. So, was kommt jetzt? Lickitung, das ist Schlürp. Warum mit Schlürp in der Feuerarena? Ich verstehe jetzt gar nichts mehr, aber setzen wir schwarzeshalbe Frisur rein. Mit einer Schlaggelspore. Ähm, Schwertanz kann man übrigens nur in der Silpsko finden, deswegen kann Satziener leider noch kein Schwertanz. Ich hätte dann geplant, die Schlaggelspore zu verlieren, weil dann können wir noch die Rap-Taktik mit, äh, mit, 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 mit Schwertanz kombinieren. Kreide-Schrei, ei, ei, ei. Naja, macht nichts. Schlürp ist ja eh nicht besonders angriffslustig in dieser Generation. Hat halt nur viele KP. Upp, aber nichts gegen unsere Rap-Taktik. Ja, das zehn Level höher ist als sein Schlürp. Auch Haut, Haut. Was? Ja, egal. So, ich hätte, ich mache jetzt das, was ich schon längst hätte machen sollen. Ich wechsle die Position unter Protector an erster Stelle. Ne, Feuer löscht man mit Wasser, das weiß jeder es kennt. Bekennt werden, ich habe studiert, Pokémon Tuttele. Okay, was kommt, was kommt, was kommt? Ich labere mich nicht vor, ich will wissen, was kommt. Auch der Volona ist hier. Wahrscheinlich hat der Arena-Liter auch einen Volona. Okay, äh, Eis, äh, Quatsch, Surfer. Äh, Feuer sollte man nicht mit Eis bekämpfen, sondern nur mit Wasser. Okay, One-Hit-Kill dachte ich mir, das wird immer jetzt ein One-Hit-Kill sein, solange wir Protector mit Surfer draußen haben. Was kommt jetzt? Arcani. Bis jetzt sind es alles Pokémon, die sich mit einem Feuerstein entwickeln. Ne, Wulthix entwickelt sich zu Volona, wenn man ihn in einem Feuerstein gibt, und Vulcano, wenn man ihn in einem Feuerstein gibt, zu Arcani. Oder wenn man den Hex spielt, regulär. So, jetzt haben wir es dann Flamara kommen, wenn er nur Pokémon hat, die sich mit einem Feuerstein entwickeln. Was? Rapidash. Galoppa. Na gut, Galoppa entwickelt sich nicht mit einem Feuerstein, sondern mit Level 40. Also von Pornita mit Level 40 zu Galoppa. So, ich frage mich, wann das erste Flamara kommt. Flamara ist ja auch ein Feuer-Pokémon, das hätte man hier gut einbauen können. Chansey, Chansey ist, äh, Chanera kann es sein. Ah, ich bin so gut, was Pokémon angeht, äh. Tja, Chanera ist ein sehr spartes Pokémon, hat halt, halt, hat, sprachfehler, hat halt nur sehr viele KP. Aber es schützen auch nicht. So, Chanera ist das Pokémon mit dem zweitmeisten KP, das Pokémon mit dem meisten KP ist Hightaira. Gibt es ja allerdings nicht, gibt es erst in der zweiten Generation. Und ihr seht, Chanera hält einiges aus, wegen den vielen KP. Ich frage mich, ob ich Toxin einsetzen soll mit, äh, Kiffer. Ich glaube, das mache ich sogar. Das kann vielleicht sogar Weichei, also... Der kann vielleicht noch sogar in die Länge ziehen. So, Toxin. Ach komm, jetzt triffst du auf einmal nicht. Was soll denn das jetzt? Hier trifft, also... Braves, Mokmok. Ich habe dich gut regelt auf Level 60. Ah, Komplimator. Erhöht sein Fluchtwert, es steht jetzt... Nimm... Ich habe lauter Sprachfehler, mache ich da jetzt. Jetzt ist es schwieriger zu treffen. Ihr seht, Donnerblitz trifft nicht. Und jetzt erhöht es sogar noch seine Verteilung. Gut, dass wir es verkiftet haben. Sonst hätten wir jetzt ein riesiges Problem. Das ist eigentlich eine gute Saktik, Robremator. Und dann, ähm... Ja, jetzt noch Weichei, in Kombination mit Weichei und Defense Curl. Und vielleicht noch Toxin beibringen. Dann hätte man ein erstklassiges Defender-Pokémon. So wie Potrot. Okay, den Super-Nerd hat man geschlagen. Und wir hätten ihn sein... Und wir hätten seinen Charnera... ...gekillt. Wir hätten ihn jetzt eigentlich klauen können. Naja, wir sind ja Team Rocket, ne? Diebe unter sich. Ein Dieb und einer von Team Rocket. Ja, Flamara hieß das erste Flamara, was ich erwartet hatte. Setzen wir es auf ein und machen das kurz. Schneller Kampf. Oh, fast ein Wornikill. Schade. Feuerwirbel. Ja, Feuerwirbel ist nicht so besonders heftig. Aber man könnte eine Rap-Taktik aus Feuerwirbel machen. Dann müsste Flamara bloß Donnerwelle beibringen. Vielleicht paar TM oder so. Aber ich frage mich, ob Flamara Donnerwelle in dieser Generation kann. Na ja. I'm better than the gem leader. Ich bin besser als Sarienerleiter. Glaubst du? Ich glaub nicht. Angeber. So, der hat im Original einen Galopper. Ne, einen Pornita. Magma gegen Wasser. Okay, Magma löscht man mit Wasser. Allerdings, äh, ja, löscht Wasser die Lava nicht vollständig. Also, das verdampft eher nur. Ne, wenn man Lava, so richtig heißes Vulkan, äh, Feuer da mit Wasser löschen, möchte man verdunstetes Wasser, bevor es die Lava erreicht. Vermute ich mal, ich bin kein, ich bin kein Chemiker oder wie auch immer. Ich vermute es einfach mal so. Deswegen kann man Lava nicht löschen. I've been to many gyms, but this is my favorite. Ich war in vielen Erinnerungen, doch diese hier mag ich am liebsten. So, der hat im Original einen, ah, vielleicht hat, na, na, du. Hatte der vorherige einen im Original einen Galopper. Weil es gibt ja in dieser Stelle einen, der hat im Original einen Pornita und einen, der hat im Original einen Galopper. So, äh, ist schon wieder kein Feuer-Pokémon, sondern ein Boden-Pokémon, Knogger. Naja, Protektier erreicht Level 67, das erste Level ab nach dem Trainieren. Rapid-Ash, was ist denn das? Irgendein Pokémon, das ich schützen kann? Das kann ich aus dem Rapid ablesen, oder doch nicht. Galopper. Es gibt eine Attacke, die heißt Rapid-Schutz. Die könnte eben im Zusammenhang mit den Namen stehen, hab ich mir gedacht. Der Rapid-Ash, ne, der Hasen-Ash. Naja, jetzt können wir unser Protektier ein wenig trainieren. Auf jeden Fall werden wir diesen Arena-Leiter-Kampf hundertprozentig gewinnen. Und Feuersturm kriegen wir ja dann auch. Nice day outside, isn't it? Nein, ist es nicht. Na gut, es ist heute ein schöner Tag. Sonne scheint. Wenn es das genau wissen will ist. Und schon wieder in der Kani. Freut mich, dass hier keine Feuerentwicklungen gibt, sondern richtige Entwicklungen. Das ist wieder ein Vorteil an diesem Heck. Also, ja, wieder ein Plus an diesem Heck. Allerdings ist es wieder ein kleines Minus, dass es hier manchmal auch Pokémon gibt, die keine Feuer-Pokémon sind. Knallga zum Beispiel ist ein Coden-Pokémon. Was sucht es in der Feuer-Arena? Naja, aber ich will es nur zu stark realisieren, das Spiel. Und hier schon wieder ein Kampf-Pokémon. Ist kein Kampf-Pokémon. Äh, Quatsch. Ist kein Feuer-Pokémon. Ich setze... Ach, verdammt. Ich wollte P-Valent setzen. Ich habe mich verzippt wahrscheinlich. Ich habe Probleme mit dem Namen, weil er immer so... Ja, wegen dem Namen. Ich kann die Namen immer noch nicht so richtig unterscheiden. Ich glaube, die werde ich dann vielleicht umbenennen müssen in richtigen Namen. Also, Arcani heißt dann Arcani. Weiß nicht, ob ich es machen soll. Vielleicht mache ich es. Wahrscheinlich, wenn wir in der Liga sind. Dann hat es vielleicht einen kleinen Vorteil. Okay, wir hätten alle Tränen in der Arena geschlagen. Fehlt nur noch einer. Pio, oder wie auch. Hier heißt Blaze. Halt die Klappe und lass uns kämpfen. Lass uns kämpfen! So, Kruger... Äh, Quatsch. Äh, Pio. Wieder kein Feuer-Pokémon. Was soll das? Kein Feuer-Pokémon. Das ist ein Bodengift-Pokémon. Ich glaube, der Hack wurde von einem Anfänger gemacht, kann das sein? Ich weiß nicht. Ja, der hat es sogar gemacht, dass die Steine... Ähm... Dass man die Steine nicht mal braucht, obwohl man sich die Steine einfach kaufen kann. Und, ähm, dass die sich erst entwickeln, wenn sie... ...noch nicht die besten Attacken können. Also, das hat der Mach auch wieder scheiße gemacht. Naja. Äh, jetzt kommt Feuer-Wirbel, das ist verzögert, das Ganze natürlich ein wenig. Was? Super... Äh, er hatte gerade einen Super-Trank auf, äh, Galoppe gemacht, obwohl es volle KP hatte. Was soll das denn jetzt? Ich verstehe es nicht. Hat er echt einen Super-Trank auf Galoppe gemacht? Obwohl er volle KP hat? Dumm. Naja. Äh, der macht die Rap-Taktik. Der macht die Rap-Taktik. Der macht die Rap-Taktik. Seht ihr das? Hä? Warum setzt er dauernd einen Super-Trank darauf ein? Verstehe ich nicht. Das ist doch irgendeine Taktik, oder? Oh, zum Glück trifft der Feuer-Wirbel jetzt nicht. Ich hatte jetzt schon Angst, dass er seine Rap-Taktik einsetzt. Also bloß mit Feuer-Wirbel. Oh, Warnikill. Okay, das Galoppe war schwierig zu killen. Vielleicht hätten wir bestimmt Probleme gehabt, wenn wir unsere Pokémon jetzt nicht auf Level 60 hätten. Und war klar, dass er einen Arcani hat. Wahrscheinlich ist sein letztes dann Glurak oder sowas. Oder Magma. Mal schauen. Ich bin schon ganz heiß auf sein letztes Pokémon. Okay, Surfer und Arcani ist down. So, was kommt der letztes? Bin ich gespannt auf sein letztes. Es ist, es ist, es ist. Nein, Tails. Volona. Ich wusste, dass er einen Volona hat, aber... Ja. Oh Mann, keine AP mehr. Schade. Jetzt können wir nur mit Eistrahl angreifen. Ob das wäre dumm, weil die Attacke nicht so effektiv ist. Ich wechsle zurex mit einer Staufel-Attacke. Oh, Feuersturm. Diese Attacke wird Arcani später können. Also, schau gut zu, Arcani. Okay, äh... Graben wir uns mal ein. Fire Blast. Und... Oh, Chronicle. Nice. Nice works. Und Level 4 Protective Level 62. Damit die stärksten Pokémon in der ersten Generation, die wir je hatten. Volcano Bage. Bla 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 bla. Gib mir die TM. Es ist mir egal, was du quatsch. Ich will die TM haben. So. Okay, und die geben wir jetzt sofort. Arcani. Und verleeren dann Agilität. Okay, wir können auch Feuerblast. Cool. More than four moves. Delete another more combo. Ja. Okay, ich vergesse Agilität, wie gesagt. Und Rex kann jetzt nur den Fire Blast. So, wie viele Orden brauchen wir jetzt noch? Wir haben jetzt... 6 von 8 Orden. Okay. Jetzt fehlt uns nur noch die Sabrina, die Psycho-Arena-Leiterin. Ich glaube, ich weiß sogar, wo die ist. Die ist, glaube ich, in dieser Stadt, da wo die Spielhalle ist. Kann das sein? Ich weiß sie nicht. Ich muss ja mal schauen. Oh, wir haben sogar noch Pharaoh dabei. Lol. Okay, ich glaube, die Stadt war hier oben. Galina-Ville. War ich erst so will. Hahaha. Okay, Pokémon heilen. Und anstatt so scheiß Witze zu machen. Like Gronkh. Ich mache irgendwie viel zu viel von Gronkh nach, ist mir aufgefallen. Naja, ich sollte es unterlassen. Okay, wo ist denn die Arena? Wo ist denn die Arena von Galina-Ville? Hier ist sie. Oh, ne, die haben wir ja auch schon, oder? Die haben wir ja auch schon, ja. Tatsächlich, die haben wir schon. Wo ist die letzte Arena? Wir haben irgendeine Arena übersehen. Die Frage ist, wo ist die? Die, da war Feuer-Arena. Egal, da, was, Real-Gard-Hauen. Was ist denn das eigentlich? Ich fliege mal da hin, weil ich nur gegründet bin. Aha, haben wir die Arena eigentlich schon? Nee, ne, die haben wir noch gar nicht, ne? Ach doch, das ist das Kampf-Dodio. LOL, fail. LOL, fail und doppel fail. Was ist das? Sorry, I can't let you in, kid. Ich bring' kein Kind. Da ist die Arena. Aber die ist blockiert. Da kommen wir vielleicht erst rein, wenn wir den vorletzten Orden haben. Ich weiß nicht. Sehr merkwürdig. Oder vielleicht müssen wir das machen, damit die sich verpissen. Ja, genau, ich verrede mit dir. Cisco. Ah, ja. Die hab ich ja völlig übersehen. Okay, äh, ja. Machen wir die Sips, go. Müssen wir ja auch mal machen. Oh, anstatt Rockets sind wir Bullen. Bullen. Hey, kid, what are you doing here? Ich, äh, schau mich nur um. Bulle, Bulle möchte kämpfen. Okay, was hat er denn? Ja, die Level sind schwach. Ich glaub, statt, äh, auszugehen zu trainieren, hätten wir hier hingehen sollen. Ja, also ich hab jede Menge übersehen in diesem Heck. Jede Menge. Naja, macht nichts. Macht nichts. Dann können wir unsere Stärke halt testen. Okay, das können, die nächsten Parts, beziehungsweise das Ende dieses Parts, kann noch sehr langweilig werden. Weil wir jetzt einfach alle One-Hitten werden. Aber ich mach's wieder so, ich werde hier das ganze Gebäude ausschalten. So wie im gelben Let's Play und im roten Let's Play. Auch wenn ich darauf jetzt wenig Lust hab, aber naja, was will man machen? Ich greif ran mit Orsierplatz. So. Den hätten wir erledigt, Sheldr. Halt dich durch, Sandzinger. Bald kannst du Schwertanz. Wir sind gerade dabei, den Schwertanz zu holen. Äh, mein Alex. Käferpinsier gegen Feuerrex. Äh, testen wir den Fireblast mal. Okay, was kommt jetzt? Okay. Zubat. Hallo Zubat. Und tschüss Zubat. Also ihr seht, wir sind hier mehr als langweilig. Wir brauchen zuerst den Türöffner, damit wir hier diese Dinger öffnen können, die hier vor unserer Nase sind. Und den findet man im achten Stock, glaub ich, oder im sechsen, ich weiß es nicht so genau. Oder im fetten, glaub ich, keine Ahnung. Ich kann mir nichts sowas merken. Okay, Bulle setzt Travorsor ein. Äh, Surfer. Also ich glaube, ähm, ja, ich sollte zuerst nach diesem Türöffner finden, also, ja, Ausschau halten und dann diese Heilstelle suchen. In diesem Gebäude gibt's eine Stelle, wo man sich heilen kann. So, dass wir dann immer zurückgehen können, ohne schnell aus dem Gebäude zu rasen und ins Pokémon sein laufen zu müssen. Okay, Rehorn wird gewormentiert. Ich glaube, ich sollte ein bisschen speeden. So. Ich glaube, das ist im vierten Stock. Ich benutze meinen Aufzug. Which floor do you want? Vierter. Mein Pokémon Instinct sagt im vierten Stock. Und mein Pokémon Instinct hatte... Unrecht. Dann eben im fünften. Ha! Ich glaube, das ist sogar im fünften. Oder? Weiß nicht. Ich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ah, brrrr. Was suchst du denn hier? What? Der schütten wie Anymore Rockets? Ach, Jongleer, lass mich doch durch. Ich glaube, ich tue diese Kämpfe jetzt speeden. Die sind mehr und mehr als langweilig. Die schaffen wir ohne Problem. Er hat sogar gewechselt. Was ich für einen... Äh, Jongleer total normal finde. Ich glaube, hier findet man den Türöffner. Aber zuerst musste er hier weg. Damit sie hier vorbei können. Team Rocket ist nothing for us. Okay, was hat er? Rasa, tschüss. Okay, hoffentlich ist er noch da. Wenn wir jetzt den Teleporter verwenden. Nein! Verdammt! Geh weg! Da ist der Türöffner! Aber wer kommt da nicht hin? Hier vielleicht, wenn wir außen rumlatschen? Aha, das sieht ja schon vielversprechend aus. Ja genau, der hat im Original einen A-Bock. So, freu mich, was er hier hat. Alter, Kain was wandering around. Da hast du recht. Okay. Er hat hier einen Röhren. Tschüss. Okay. Okay, hier ist der Türöffner. Jetzt gehen wir in den zweiten Stock. Und um dort die Heilstelle frei zu machen. Den zweiten Stock werden wir dann komplett ausräuchern von gegnerischen Trainern. So. Okay, er sieht ziemlich anders aus als im Originalen. Kann sein, dass das umgebaut wurde hier im zweiten Stock. Oder, dass er in einem anderen Stock weg ist. Okay. Naja, öffnen wir erst einmal hier das Ganze. So, die gibt uns Finale. TN36. Okay. Und hier ist wieder ein Bulle. Also, ich muss mich hier erstmal umschauen, weil das wurde hier ein bisschen verändert. Die Stockwerke. Ah, im dritten Stock war es. Okay. Genau, das ist hier der Ort. Rocket will not take over. Okay, der hat drei Pokémon, die wir mit Speeden killen können. Oh, Enteron. Ich glaube, das muss ich wechseln, weil die Attacken sind wahrscheinlich nicht zum Wornhitten gedacht. Konfusion. Sehr fiktiv. Aber es wird sich schon überleben. So, Racerleaf. Was kommt jetzt? Hypno, Racerleaf, Racerleaf. Was kommt jetzt? Verloppa, Racerleaf, Racerleaf und Ciao. So. Was kommt jetzt? Äh, Quatsch. Was lab ich? Was kommt jetzt? Obwohl wir eben gar kein Kampf sind. Oh mein Gott. So, das ist ein Hyperheiler, aber wir können ihn gerade nicht mitnehmen. So, ich glaube, die Heilstelle ist hier. Genau, der hat im Original einen Sandarma, weiß ich. Gleich sind wir bei der Heilstelle. Und dann werde ich den Part beenden und dann machen wir das Ganze im nächsten Part. Und fordern vielleicht sogar noch die Arenaleiterin raus, wenn wir genug Zeit noch haben. Okay, was kommt jetzt? Äh, komm, das Spiel, das ist ja lächerlich. Okay. Wir haben zu gut trainiert, also ich hätte es schon längst machen sollen. Aber ich wusste ja gar nicht, dass das Gebäude hier frei ist. Das war ja, glaube ich, vorher blockiert. Also, ja. Na gut, dann haben wir jetzt die Heilstelle erreicht. Unsere Pokémon haben jetzt wieder volle KP. Und ich werde den Part jetzt beenden, dann geht es im nächsten Part weiter. Dann werden wir die Bullen ausräuchern. Und dann gehört die ganze Welt, T-Rocket. Also, bis zum nächsten Part, Leute. Ciao.